Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Timo und ich darf euch heute den Fuß- und Wadenstrecker vorstellen. Wir haben einfach die Problematik im Alltag, dass die meisten Personen viel sitzen, vielleicht auch noch angewinkelten Beinen in der Schlafposition sind und hier muss einfach wieder ein bisschen länger reingezogen werden. Dafür ist dieses Tool perfekt, weil ich habe hier zum einen einen Untergrund, der rutschfest ist, das heißt, es haut mich nicht ab. Hier hinten kann ich meine Ferse schön reinstellen und kann dann hier frei meinen Winkel wählen. Das heißt, ich stelle meinen Fuß rauf, strecke mein Knie durch, lehne so leicht den Oberkörper nach vorne, bis ich hier hinten in dieser Region oder vielleicht auch unten am Fuß einfach so eine gewisse Grundspannung spüre. Und dafür ist es einfach perfekt, dass ich hier Spannung rausziehe, die Schmerzen, wo vielleicht im Knie vorhanden sind, lindere und das Ganze über die Winkel her individuell einstellen kann. Und somit das Tool perfekt nutzen. Viel Spaß damit!